Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Morgen geht es ja für Schalke weiter in der zweiten Bundesliga mit dem Aussage mit dem Karlsruher SC. Und bis dahin gibt es noch einige Themen zu besprechen. Natürlich gucken wir heute auf das Personal-Update, welche Spieler können spielen, welche Spieler fehlen aber auch verletzungsbedingt. Und vor allem auch dann auf die Frage, wer verteidigt in der Innenverteidigung neben Ibrahim Assisi und wie möchte Karel Gerraths dort mehr Stabilität und auch dann weniger Gegentore hinbekommen. Und aber auch nochmal natürlich auf das Thema, was die meisten Fans auch beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt, der Zwist, die Diskussionen bei Karel Gerraths und Ben Manker. Denn auch gestern gab es nochmal Aussagen von Karel Gerraths, die schon nochmal deutlich gemacht haben, dass vielleicht nicht alles optimal funktioniert. Und dann wäre da nochmal das Thema Dominic Drexler mit dabei, denn das ist schon ein paar Tage her, dass darüber berichtet wurde. Bislang haben wir nicht darüber gesprochen, denn da wurde endgültig die Tür geschlossen, und auch schon zuvor von Ben Manker, dass es keine Rückkehr mehr geben wird von Domme Drexler. Das sind also heute unsere Themen. Und bevor wir reingehen in die aktuellen Institution, für das nochmal kurz ein Dankeschön für gestern. Denn da hatte ich ja auch mal hier kurz darüber gesprochen, was meine Wahrnehmung, meine Sichtweise ist zu den News, zu manchen Schlagzeilen, zu manchen Möglichkeiten vielleicht die Videos zu verbessern. Es gab sehr große Resonanz von euch. Wie gesagt, ich lese auch jeden Kommentar und bin auch mehr als dazu bereit, Dinge zu verändern, Dinge anzupassen, Dinge zu überdenken. Und deswegen vielen Dank auf jeden Fall dafür. Nur gemeinsam so können Videos besser werden, können vielleicht auch nochmal bessere News rausgebracht werden oder andere Newsarten gewählt werden. Ich habe jetzt erstmal sozusagen alles so gelassen, wie es war. Sprich, Uploadzeit 11 Uhr weiterhin, weil viele gesagt haben, ja, in der Mittagspause gucke ich es mir dann auch ganz gerne an. Und auch wenn es vielleicht abends noch nicht besser wäre, habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Und wie gesagt, über Schlagzeilen kann man diskutieren, gehören aber auch teilweise sicherlich mit dazu. Und deswegen gehen wir jetzt auch rein in die aktuellen S04 News. Und wir starten erstmal mit dem aktuellen Personal-Update. Denn gestern gab es ja die Pressekonferenz mit Karel Gerrerts vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Parallel geht es natürlich auch wie immer von mir auch die ausführliche Spieltagsvorschau auf Schalke in Z-Clips mit dem Spiel gegen Karlsruhe. Aber auch hier und heute wollen wir uns natürlich mit dem Spiel etwas beschäftigen. Denn die große Frage ist natürlich jetzt auch erstmal, welche Spieler sind fit und welche Spieler fallen aus. Es war eine relativ kurze Trainingswoche, denn am Montag wurde ja die Trainingswoche gestartet. Am heutigen Donnerstag ist bereits Abschlusstraining und es geht eben auch dann schon nach Karlsruhe. Und gute Nachrichten gab es eben dann hier bei Thomas Kallers. Denn der ist ja wieder in Gelsenkirchen. Er setzt seine Reha eben jetzt auf Schalke fort und arbeitet damit an einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Aber es wurde ja auch schon zu Wochenbeginn von den Medien klargestellt, es sieht schon eigentlich ganz gut aus, was Thomas Kallers da so macht. Und deswegen hat sich auch Karlsruhe Gerrerts sehr zufrieden gezeigt. Denn er hat gesagt, dass eben Kallers zurück ist aus der Reha, aber dieses Wochenende ist noch für ihn zu früh ist. Aber ich finde, also das hätte man eh erwarten können, dass jetzt das Wochenende zu früh ist für Thomas Kallers. Das andere wäre ein großes Wunder gewesen. Aber dass man das jetzt so betont, dass eben das Spiel jetzt eben noch zu früh ist, aber vielleicht es da noch doch danach aussieht, dass er relativ zeitnah wieder mit dabei ist, stimmt mich auf jeden Fall sehr positiv. Ansonsten hat man eben auch dann durch das Testspiel gegen Breda die Verletzung bei Peter Remmert. Er hat ja einen Außenbandriss im Sprunggelenk und fehlt bis auf weiteres. Janik Bachmann, der zu Wochenbeginn ja auch nur individuell trainiert, ist aber wieder fit und auch bei Brian Lassme gab es ja die Rückkehr gegen Breda. Auch da gab es auch nochmal lobende Worte von Karl Gerrerts zu Lassme. Er hat in der Verletzungspause sehr hart und intensiv gearbeitet. Er braucht aber noch Zeit, um 100% fit zu sein. Wir haben alle gesehen, dass er gegen Ernst Breda nur 50 Minuten spielen konnte. Und trotzdem zeigt sich auch dort Karl Gerrerts sehr zufrieden. Denn Lassme ist sowohl als Stürmer oder auch als Flügel jetzt wieder bereit für einen Joker-Einsatz. 30, 35, 40 Minuten kann auch in der zweiten Liga schon spielen. Und somit bietet er eben auch Karl Gerrerts morgen eine weitere Kaderoption. Denn das ist auch gut, denn Spieler wie Vitali Becker oder Emil Heulund konnten nur individuell arbeiten und werden somit auch im Kader fehlen. Bei Paul Seguin und Musa Silah wird es auch nochmal spannend werden. Also bei Seguin gab es auf jeden Fall gestern nochmal die klare Aussage von Karl Gerrerts. Er hat gewackelt, aber er fällt eben aus für das Spiel am Freitag gegen Karlsruhe. Er hat immer wieder auch Schmerzen in verschiedenen Bereichen am Körper, deswegen steht er auch nicht zur Verfügung. Und er hat sich dazu auch nochmal geäußert, bedingt durch den Leistungen, die auch zuvor nicht ganz so gut waren. Paul ist ein Schlüsselspieler für mich, aber wenn er nicht zu 100% fit ist, ist er ein anderer Paul Seguin. Das haben wir alle gesehen. Da müssen wir jetzt für Karlsruhe eine andere Möglichkeit finden. Und trotzdem finde ich es auch immer ganz gut, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, er ist eben nicht bei 100%. Dann warten wir lieber nochmal eine Woche ab, um auch dann ja Vollgas geben zu können. Und ich finde, dass das auch vollkommen richtig so ist. Bei Musa Silah, da sah es gestern auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus, dass es funktionieren wird für Karlsruhe. Aber das heutige Training, das heutige Abschlusslinge wird eben dafür nochmal entscheidend sein, ob es eben da mit Musa Silah tatsächlich für den Kader reicht. Aber es geht zumindest schon alles mittlerweile wieder etwas mehr in die richtige Richtung. Klar ist natürlich aber auch, dass wir nicht darauf gucken müssen, was vielleicht verletzungsmäßig los ist, sondern eben auch darauf gucken müssen, was Karlsruhe kann, was vielleicht auch Schalke verbessern muss. Und da ist natürlich das konkrete Thema unsere Abwehrleistung. Wer sollte dort in der Innenverteidigung spielen? Wie löst Karre Gerrits auch dann eben die Doppel-Sechs-Situation, weil eben Paul Seguin verletzungsbedingt fehlt? Und hier wollte vor allem auch Karlsruhe Gerrits gestern den Druck nehmen von den Innenverteidigern. Denn da hat er auf der Pressekonferenz eine klare Aussage zu getätigt. Ihr macht ein größeres Thema aus der Innenverteidigung als ich. Ja, wir haben Fehler gemacht. Ja, auch die Innenverteidiger haben Fehler gemacht. Aber ich sehe, dass sich alle jeden Tag weiterentwickeln wollen. Ich habe nicht so ein großes Problem. Es ist einfach zu sagen, dass wir nur mit den Innenverteidigern Probleme haben, hat Karlsruhe Gerrits hier auch nochmal ganz klar unterstrichen. Ich fand es erstmal gut, dass er auch da nochmal so spezifisch die Innenverteidiger in Schutz genommen hat. Weil ich finde es auch immer zu einfach zu sagen, nee, nee, nur wegen den Innenverteidiger kriegen wir zu viele Gegentore. Unsere Abwehr hat Probleme. Es passt noch nicht alles zusammen. Das ist ja auch durchaus klar. Und trotzdem geht es eben auch darum, jetzt sich natürlich gegen Karlsruhe zu steigern. Denn da ist natürlich auch vor allem eine unglaubliche Power mit dabei, eine unglaubliche Qualität mit dabei. Und Karl Gerrits hat auch nochmal klar gemacht, dass ihm da verschiedene Optionen durch den Kopf gehen. Wir haben sechs Innenverteidiger. Ich habe zu allen Vertrauen. Und deswegen hat die Watz jetzt nochmal klar gemacht, welche Innenverteidiger denn davon gute Chancen haben zu spielen und wie man es eben auch dann möglicherweise sehen wird. Denn klar ist, Thomas Kalasch, er wird noch verletzungsbedingt fehlen. Er ist keine Option. Das heißt, für morgen hat Karl Gerrits eben dann fünf Optionen mit dabei. Ron Schalleberg ist eigentlich kein Innenverteidiger. Er hat aber bislang auch dort gespielt, weil Karl Gerrits eben meistens auch einen erfahrenen Defensivspieler haben wollte. Gegen Köln war das jetzt nicht so richtig gut. Und weil eben auch Paul Seegö im Mittelfeld fehlt, geht die Tendenz auf jeden Fall dort der Watz sehr stark dahin, dass Ron Schallenberg auch auf der Sechserposition spielen wird. Ibrahim Assisi wiederum, der ist ja auch einer, der von manchen Fans immer noch sehr kritisch gesehen wird, von anderen vielleicht schon zu positiv gesehen wird. Und auch da gab es ja jetzt die kleine Diskussion mit Kenan Karamann auf dem Platz. Karl Gerrits hat sich aber auch darüber fast schon zufrieden gezeigt, weil es gut ist, dass einfach das Team da ist, dass es auch solche Diskussionen gibt. Und vor allem laut der Watz könnte die Körpergröße von Assisi eine entscheidende Rolle spielen, dass er erneut in der Startelf steht, um auch dort einfach nochmal eine gewisse Präsenz zu haben. Aber natürlich haben wir dann auch nochmal drei weitere Möglichkeiten für die Position neben Ibrahima Cissé. Und dort scheint es wohl zu sein, dass Felipe Sanchez sehr gute Chancen hat, Lotte Watz morgen noch in der Startelf zu stehen. Bis dann kam er einmal zu Beginn zum Einderts in der zweiten Liga gegen Magdeburg. Und Karl Gerrits hat sich auch dazu noch einmal geäußert, auch natürlich bedingt durch die Manga-Aussagen zuvor. Er hat sich sehr schnell und sehr gut in die Mannschaft integriert. Das war sehr positiv. Felipe ist ein typischer argentinischer Verteidiger, sehr zweikampfstark. Ich habe Vertrauen in Felipe, ganz klar und deutlich. Aber ich habe auch fünf andere Innenverteidiger. Und deswegen hängt es eben auch davon ab, wie die Trainingseindrücke nochmal sind, wer sich ihm dort am meisten empfohlen hat. Aber laut der Watz sieht es auf jeden Fall sehr stark danach aus, dass Sanchez und Cissé morgen das Innenverteidiger-Duo bilden und eben dann Ron Schallimek auf die Sechser-Position vorrutscht. Marcin Kaminski wiederum, der saß zuletzt jetzt zwei Minuten Folge neun Minuten auf der Bank. Und die Tendenz geht wohl auch erneut dahin. Ähnlich wie Martin Wasinski. Da hat der Karaj Geratz auch gesagt, wir haben jetzt schon alle Innenverteidiger nahezu gesehen. Außer eben dann Wasinski, der bislang in der Liga noch nicht spielen konnte. Und da wird es wohl auch erstmal bei bleiben. Er ist eben erstmal als Joker eingeplant. Und klar ist auch, das hatte ich auch schon gestern oder auch die letzten Tage für mich so ein bisschen klar gemacht, Ich glaube, es würde sehr dabei helfen, wenn du auch so langsam mal ein festes Innenverteidiger-Duo findest. Klar, wenn Thomas Kallas wieder fit ist, dann wird er auch spielen, wenn er seine Leistungen zeigt. Aber es würde natürlich auch schon helfen, jetzt dort mal nicht jedes Spiel zu wechseln, auch wenn es danach aussieht, dass man es machen wird, um dann vielleicht auch hier zu sagen, okay, bis Kallas fit ist, werden dann Cissé und Sanchez spielen. Ähnliches hat auch Karaj Geratz bei der Pressekonferenz angekündigt. Wir brauchen Stabilität. Wenn du jedes Mal in der Innenverteidigung wechselst, kannst du keine Stabilität bekommen. Die Spieler brauchen Vertrauen, auch wenn sie einmal Fehler machen. Und somit sieht es auf jeden Fall danach aus, laut der WAZ eben dann, dass neben Ibrahima Cissé Philippe Sanchez verteidigen wird. Und ein Thema war ja in den vergangenen Tagen sehr präsent, hat für viele Diskussionen auch bei uns Fans gesorgt. Die Diskussion, würde ich einfach mal sagen, zwischen Karaj Geratz und Ben Manga. Es gibt jetzt Medienberichte, die sehr deutlich urteilen. Es gab auch Fans, die gestern sehr deutlich geurteilt haben, bedingt durch die Aussagen von Karaj Geratz auf der Pressekonferenz. Denn die BILD zum Beispiel schreibt, zwischen Karaj Geratz und Ben Manga herrscht Eiszeit. Ihr merkt schon, ich muss dabei so ein bisschen schmunzeln, weil ich solche Headlines dann so einen Ticken übertrieben dafür finde, dass eigentlich gar nicht mal so viel passiert ist. Denn die BILD schreibt direkt mal, Schalkes Alphatiere haben sich nichts mehr zu sagen. Trainer und Kaderplaner reden nur noch übereinander statt miteinander. Seit über einer Woche sind ihre Differenzen nur noch öffentlich zu bestaunen. Finde ich auf jeden Fall erstmal eine sehr spannende Wahrnehmung, dass sich anscheinend Trainer und Kaderplaner nichts mehr zu sagen haben. Nur weil Kaderplaner, wenn Manga aktuell im Urlaub ist, und man dadurch eben nicht direkt miteinander reden kann. Also finde ich, ist total überzogen. Und natürlich mal wieder typisch BILD überspitzt formuliert. Und trotzdem gibt es natürlich grundsätzlich diese kleine Diskussion zwischen Karaj Geratz und Ben Manga. Das kann man jetzt auch nicht schönreden, dass da nicht alles so richtig gepasst hat. Denn Manga hat ja öffentlich die Aufschulung kritisiert. Karaj Geratz wiederum wollte dadurch jetzt nicht auf Politik-Spielchen eingehen. Und seitdem sind, auch natürlich wunderbar recherchiert vom gestrigen Artikel, zehn Tage vergangen. Und unfassbar ist es laut der BILD-Zeitung, das sich bislang nicht ausgesprochen worden ist. Denn das hat ja auch Karaj Geratz gestern bei der Pressekonferenz offen zuzugegeben. Ich habe diese Woche mit Marc Wilmotz und Matthias Tillmann geredet. Die Initiative zu diesem Gespräch ist von den beiden ausgegangen. Wir haben 30 Minuten über diese Aktion gesprochen. Was genau? Das bleibt intern unter uns. Ich glaube, wenn Ben Manga aus dem Urlaub zurückgeleihen wird, setzen wir uns mit ihm zusammen. Denn Manga ist wohl laut der BILD letzten Donnerstag in seinem Italien-Urlaub, das war auch schon vorher so angekündigt worden, dass er die ländische Pause nutzen wird, um mit Urlaub zu fahren. Er hat ja Familie und auch einen Kaderplan hat mal Urlaub verdient. Und das ist auch vollkommen normal im Fußballbusiness, dass das eben dann in der ersten Länderspielpause passiert. Und nach dem Karlsruhe-Spiel wird er wohl dann zurückkommen. Natürlich hat Ben Manga bereits auch vor seiner Abreise diese Kritik öffentlich gehäußert am Montag. Das heißt, es wäre auch Zeit gewesen, da schon Unschlimmigkeiten zu klären, vielleicht ein klärendes Gespräch auch dann zu suchen. Aber man will eben auch jetzt nochmal ein klärendes Gespräch führen mit Kare Gerrits, mit Ben Manga und eben auch dann mit Matthias Tillmann und Marc Wilmot. Und natürlich ist das nicht optimal, wenn sowas im Raum steht. Aber ich finde, solche Diskussionen, vielleicht auch Diskepranzen gehören, Diskepranzen gehören mal mit dazu. Und da kann man auch dann sicherlich vernünftig darüber diskutieren, vernünftig darüber reden. Obwohl die Watt sogar hier nochmal ein Ticken weitergeht. Denn natürlich ist auch bei dem Spiel gegen Karlsruhe ein gewisser Druck da. Karel Gerrits hat dazu aber auch gesagt, Druck ist nichts Neues auf Schalke. Aber egal, wie wir reden, das einzige Medikament sind drei Punkte. Dann wird alles einfach. Denn natürlich ist klar, dass wenn wir jetzt gegen Karlsruhe verlieren, der Druck erst recht da ist, weil man eben dann eher wieder nach unten gucken muss. Erst einmal nach dem Saisonstart. Und deswegen hat die Watt eben dann das Thema aufgemacht, ob denn Ben Manga noch Rückhalt spürt, äh, ob Karel Gerrits noch Rückhalt spürt in der Mannschaft. Und da hat der 42-Jährige Folgendes zugesagt. Vier Punkte von zwölf. Das ist nicht gut genug für uns. Aber wenn wir jedes Spiel individuell analysieren, hätten wir zwei oder drei Punkte mehr verdient. Ich kann mich nur wiederholen. Wir haben eine neu zusammengestellte Mannschaft. Seit dem ersten Tag haben wir einen ganz klaren Plan. Daran glauben die Spieler, daran glauben der es darf. Ich habe ein gutes Gefühl. Und deswegen finde ich es auch durchaus spannend, dass eben auch jeder nochmal klar gemacht wurde, bedingt eben durch die letzten Tage, auch durch die Aussagen gestern von Karel Gerrits auf der Pressekonferenz, dass einem Bericht der BATZ zufolge eben Gerrits und Manga von einem guten Miteinander weit entfernt sind. Denn dass eben auch dann von Manga verpflichtete Talente zuletzt seltener in der Startelf gestanden haben, soll der Kaderplane verwundert zur Kenntnis genommen haben. Und es werde sogar auf Schalke gemunkelt, dass Ben Manga sogar einen Abgang von Karel Gerrits vor der Saison befürwortet hätte, um mit einem anderen Chefcoach den Neuanfang zu starten. Das sind wie gesagt Aussagen von der BATZ, die eben hier nochmal berichtet worden sind. Ob das alles so stimmt, darüber muss sich natürlich auch jeder Fan ein eigenes Bild machen. Ich bin nur dafür da, so ein bisschen die News für euch zusammenzufassen, mitzubringen und klarzustellen, was eben dann so berichtet wird. Aber es ist natürlich schon auch eine klare Medienberichterstattung, jetzt schon wieder in die Richtung zu sagen, der Druck ist schon so da, dass vielleicht Ben Manga bald sagen wird, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Karel Gerrits, wir entlassen ihn. Ich glaube nicht, dass es schon im Ansatz überhaupt noch nicht so weit sein wird, weil alle auch von einer gewissen Geduld sprechen. Die letzten Aussagen, sowohl von Ben Manga das Thema überhaupt öffentlich aufzumachen, plus Leiter von Karel Gerrits gestern zu sagen, dass man das Gespräch noch führen muss und schon teilweise mit anderen geführt hat, ist vielleicht auch alles nicht perfekt, um es eben jetzt auch einfach ruhiger gestalten zu können. Aber vielmehr würde ich persönlich aus meiner Wahrnehmung nicht aus diesem Thema machen. Ein kleines Thema habe ich dann noch für euch, denn die Nachricht ist vor ein paar Tagen ein bisschen untergegangen, durch eben diesen ganzen Diskussionsstoff bei Manga. Und Karel Gerrits, denn auch vor seiner Abreise, hatte sich bei Manga nochmal zu Dominik Drexler geäußert. Den hatte man jetzt auch mal auf ein paar Bildern auch beim Livestream vom Training im Training mitbekommen und auch durchaus etwas gesehen, weil ja Dominik Drexler sich eben dagegen entschieden hat, wie zum Beispiel das Baumgartel, noch als er da war, gemacht hat, in die U23 zu gehen, dort mitzutrainieren. Denn Drexler absolviert ja weiterhin nur minimale Teile vom Mannschaftstraining. Und da gab es jetzt nochmal von Karel, äh, von Ben Manga, heute habe ich es aber auch mit Karel Gerrits und mit Manga von Ben Manga, gab es auch dann nochmal klare Aussagen bei der WATS, dass es bei Dominik Drexler eben nicht die Möglichkeit gibt, wie bei Tobias Mohr oder auch bei Dino Tempelmann, nochmal vielleicht eine Chance zu bekommen. Für Dominik Drexler ist die Tür zu. Wir hatten Gespräche, wir hatten auch Anfragen für ihn, aber der Spieler ist immer noch hier. Und somit geht es eben weiterhin darum, natürlich irgendwo eine Lösung zu finden, denn bislang während dem Transferfenster wurde keine Lösung gefunden und es ist eben auch nicht realistisch, dass Dominik Drexler eine Rückkehr bei Schalke, ja, genehmigt wird. Danach sieht es einfach nicht aus. Und auch Matthias Tillmann hatte nach dem Transferfenster gesagt, von einer guten Woche, in seinem neuesten Update, dass es eben Angebote gab für Spiele, die man gerne abgeben wollte. Man ist auch da, möglich gewesen wäre es nicht zu einigen, aber der Spieler eben dann das volle Gehalt noch haben wollte, was für Schalke einfach dann keinen Sinn macht. Da kann natürlich auch Fährmann mit gemeint sein, vielleicht aber auch Drexler, vielleicht auch beide. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob man hier dann tatsächlich nochmal eine Lösung finden wird oder ob es eben dann genauso weitergehen wird in den nächsten Monaten. Und jetzt würde ich mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04-News in die Kommentare schreiben und auch mal gerne euren Tipp für das morgige Spiel beim Karlsruher SC. Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf an alle Schalker!